Nehmt diese Prüfung an. Seht euch meine Ware. Bis zum nächsten Mal. Der Ebenenfokus ist ein mächtiges Ausrüstungsobjekt, das durch die Bestückung mit Ebenenessenzen angepasst werden kann. Klicke einfach mit rechts darauf oder ziehe den Gegenstand in den Charakterbogen. Aber Vorsicht, wenn eine Essenz erst einmal ausgerüstet wurde, kann sie nicht mehr entfernt werden. Kommt und seht euch ganz unverbindlich. Auserwählte finden hier immer etwas. In Jahren gefertigt, in Sekunden gekauft. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.